Willkommen hier bei The Walking Dead. Letzte Staffel Final Season. Zocken wir mal. Gucken wir mal. Die ersten 5 bis 10 Minuten zock ich mal live angezockt. Oh komm, mach ich muss bissen, ey. Lächelig. So. Deine Entscheidung bestimmt den Verlauf dieser Spielreihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Ja. Da. Hier kann man sich glaube ich selber noch ein bisschen steuern. Meistens so wie in Batman ist das so. Oder wie Game of Thrones, Game of Thrones, Game of Thrones, Game of Thrones. So dass man quasi nur einen Knopf drückt. Und dann kann man irgendwas verändern. Die Geschichte und was wie auch immer. Ein paar Sachen erledigen. Na, gucken wir mal. Erstmal die Intro. So, Alter. Geht schon ganz. So. Äh, schraff das erste schnitt mal. Also nein. Nein. Man dauert nur Shit. So. Zeig ich nur mal die ersten 5 bis 10 Minuten. Dann ist gut. Neue Demo halt im Store. Lass es. Es fängt an zu nerven. Ist sogar ein Deutsch. Der ist nur. Kann man nicht vorspulen. Naja. Nenn mich nicht Schlawiner. Hat das Kind ne Knarre in der Hand. Leck mich schon am Arsch. So was geht nur in Amerika. So. Dann ist das hier so halt. Hier wie jetzt. Dass man da irgendwas drückt. Und wenn man nix drückt, wird irgendwas ausgesucht. Wahrscheinlich immer der oberste. Oder wie auch immer. Kann halt hier immer hier. Nur zu gucken. Abends muss man mal hier drücken. Und dann wie im Vorgänger auch halt schon vorgestellt. Kann man sich halt ab und zu mal selbst bewegen. Für irgendwas zu. Zu. Zu gucken. Wom hingeht irgendwas. Ich will nicht. Das lenkt dich aber von deinem Bauch ab. Ich halt von so spielen nicht viel. Naja. Weißt du. Lass es lieber. Davon kriegst du nur noch mehr Hunger. Was muss man jetzt machen. Ja. Woll halt essen ey. Nernst nicht. Gibt nur Chips zu essen. Habt ihr ne Zombie Apokalypse in der Welt. Gibt ihnen immer viel zu fressen. Ja. Ja. Ich kann schon mal. Ich spiele sogar. Ich spiele ein bisschen Flasch. Jetzt bin ich halt. So. Und da. Das dauert ja Ewigkeit nicht da. Boah. Ja. Spiel. Hier ist halt mehr Videosequenzen, wie den komischen Batman-Game of Thrones auch. Abends mal ein paar Knöpfe drücken, für den Verlauf zu verändern oder für Aktionen durchzuführen halt. Mehr geht da, nicht quasi. Abends zu kommen auch Zombies. Gott sei Dank wird nicht wieder Scheiße. Hier ist jetzt der Anfang halt. Aber wie aus der Serie mit dem Rig. Steuert man halt nicht. So, vielleicht kann man sich jetzt mal selber steuern. Kann überhaupt mal hier auf Sequenzen. Kann ich mir mal einen Film kaufen. Ja, wo die Brechstange? Nee, schuldig. Da. Da. Ooooho Meribach blöd, wenn sich nicht so ist. Warten noch. Wasserflasche. Gummispielzeugflasche Poppost nicht. Warte noch. Holy Scheiß, nerf nicht. Tschüss. Kann man mal Zombies sehen ey. Mein Gott, Walking Dead ohne Zombies ey. Komm mach ey, fünf Minuten ist das Video vorbei. Wenn ich keine Zombies gesehen hab, mach ich ey. Komm mach ey, schier mal. So, jetzt kann man sich sogar mal selber steuern. Gib mir nen Handteil hoch. Ja, kommst du jetzt rüber oder was? Ja genau, lauf mal. Mega halt, liest gar nichts. Kapok zu lesen. Na, Grafik ist halt der Comic-Stil. Ach, komm spring da drüber ey. Genau, macht Leute die Glocke. Jetzt kommt die Zombies nämlich auch nicht tot. Hoffentlich. Ne, nochmal Leute. Da ist ja mal einer. Da ist ja mal einer. Ein Spasti. So. Mega halt, schreien's. Genau ne Zombies rein, hoffentlich. So ist das Spiel halt. Gibt's Sequenzen, dann kann man abends sogar drücken. Und wie wir jetzt sich selber bewegen. Muss ich gehen die Zombies auch wehren. Ich mag gar nichts. Ich lass mich töten. Ne, ich lass mich töten. Wenn ich... Auch nicht. Ich mag wirklich viel Blutspritze. Ne, wenn ich nicht den... Ne. Gott sei Dank ey. Nur mehr. Ist die Mutter tot. Nur. Also, weil jeder Mensch bei Walking Dead stirbt, wird der Automatisch sonst auch mit dem Muskel angebissen werden. Nur ein Biss macht nichts aus. Naja. Okay, gut. Nimm mal zu zeigen, wie es da gerade aussah. Gut. Mal gucken, ob ich das jetzt platt mache. Ähm. Ich stelle schon. Gut. Ja. Da war ich schon. Nächlich. Er ist am Boden. Noch da? Noch da? Noch da? Keine Biss. Jetzt gehen wir da rein. Naja. Er ist am Boden. Trotzdem noch cooles Spiel. Kann man so lassen. Halt. So. Hier ist halt Demo. Deswegen sieht nur ganz gut aus. Comics die gefällt mir. Ja. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Wasser mit dem Kind. Spiel Kind umbringen. Genereils. Nur ne. Messer an den Kopf kann man nicht machen. Naja. Okay. So. Er geht dann alles weiter. Abends zukommen Sequenzen. Da muss man die Knüpfchen herdrücken halt. Für eine verlaufende Geschichte zu beändern. Abends kann man hier rumlaufen. Sachen rummengen. Das und geht halt. Jo. Ist hier war ein gutes Spiel. So. Gefällt mir. Daumen hoch. Und hoffentlich hat euch das gefallen. Bitte liken und abonnieren. Weil so viele Abonnenten habe ich schon nicht. Weil ich bin ein Deutscher. Lächle ich Engländer und so weiter. Andere kriegen mehr. Abonnenten. Ja. Ich bin halt kein Kim Kardashian. Die einen. Die einen. Scheiß Arsch zeigt. Aber warten dann. Ja. Kriegt sie Millionen Abonnenten. Naja. Leider nicht. So. Alle haben es verabschiedet. Verabschied ich mich. Und tschüss. Und gute Nacht. Und tschüss. Die zweiteile Kirche. día. azyftig. Get原因. Die articulate. Die Leute.